Herzlich willkommen bei einer neuen energetischen Reise und heute aktivieren wir dein Potenzial, Dinge zu manifestieren und zwar körperlich zu manifestieren, das heißt Heilung, Wohlbefinden, dass du quasi Heilungsenergie in deinem Körper manifestieren kannst und darüber hinaus kannst du das natürlich auch weiterdenken, wenn du das Gefühl hast, okay, ich brauche jetzt für den Körper vielleicht nichts, dass du auch weiter einfach so konkret Dinge manifestieren lernst. Das heißt, alles, was deinen Manifestationskräften, auch deinen Heilungskräften im Weg steht, werden wir wegräumen. Wir werden Konzepte aus deinem Kopf räumen, wir werden verschiedene Verwicklungen aus deinem Energiefeld rausnehmen. Es wird auf gut Deutsch eine sehr spannende Reise werden. Und dann lade ich dich gleich mal dazu ein, schließe mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und wir beginnen jetzt gleich mal mit dem ersten Konzept, ich kann mich nicht entspannen. Ich bin so gestresst, ich kann mich nicht entspannen. Und du stellst dir jetzt einfach mal so wie ein Hamster in einem Rad vor. Stell dich einfach mal wie ein Hamster vor, der in seinem Rad herumläuft, der immer sagt, ich kann nicht stoppen, ich kann nicht stoppen, ich muss weiterlaufen, ich muss weiterlaufen. Also schaff mal dieses Bild, dass du ein Hamster in einem Rad bist, der immer weiterläuft, immer weiterläuft, immer weiterläuft. Wunderbar. Und dieses Bild, dieser Hamster im Rad ist jetzt die Energie, ich kann mich nicht entspannen. Und du nimmst jetzt wirklich den Hamster aus dem Laufrad raus. Ich stelle dir das mal vor, du nimmst den Hamster aus dem Laufrad und setzt den mal in so einen Sonnenstuhl, in so einen Liegestuhl rein. Und sagst, jetzt ist Ruhe. Gibt es dem von mir aus noch eine Hamster-Cola oder was auch immer Hamster trinken. Vermutlich Wasser. Setzt dem gechillten Hamster eine Sonnenbrille auf. Und atmest mal tief ein und wieder aus. Und löst dann dieses Bild auf. Und wenn du jetzt reinfühlst in dich, wirst du merken, dass du ruhiger geworden bist. Das heißt, du kannst Dinge manifestieren. Du kannst sogar alles manifestieren, was du dir vorstellen kannst. Und nun transformieren wir mal alle Glaubensmuster, alle Sätze, die bei dir gespeichert sind, die verhindern, dass du manifestieren kannst. Alles, was dich einengt. Alle einengenden Glaubenssätze mögen sich jetzt transformieren. Und du kannst dir das vorstellen, dass jetzt quasi so eine smaragdgrüne, violette Energie durch dich hindurch fließt. Vor allem auch durch deinen Kopf, durch dein Herz, durch dein Unterbewusstsein. Und diese Energie transformiert jetzt. Also zieht das richtig nach oben, diese Blockaden, die verhindern, dass du frei manifestieren kannst. Und hier und heute erlaubst du auch, dass karmische Gelübde und Verbindungen, Versprechen, sich transformieren, soweit es von oben erlaubt ist, dass du frei manifestieren kannst. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und du merkst, dass du freier wirst, dass sich diese violette smaragdgrüne Energie jetzt wirklich durch dein System durchgesetzt hat. Und alles jetzt mal mitgenommen hat, transformiert hat. Es dich blockiert in deiner Manifestationskraft. Und nun bitte mal darum, dass du deine Selbstheilungsfähigkeiten, deine Energie, deine Heilkraft manifestieren kannst. Und diese Heilkraft soll jetzt genau dorthin fließen in deinem Körper, wo du sie am meisten benötigst. Egal, ob du diese Heilkraft jetzt zu Organen schickst, zu deiner Haut schickst, zu deinen Gelenken schickst. Erlaube mal, dass diese Heilkraft alles in die höchste göttliche Ordnung bringt. Und alles, was du an Schlacken gespeichert hast, an Themen gespeichert hast, die du nicht mehr benötigst, die werden da auch ausgeputzt. Das bedeutet, dass deine energetische Heilkraft, diese Selbstheilungskräfte, über die physische Medizin hinausgeht. Sie kombiniert, wenn du so möchtest, Psychologie, Schulmedizin, Lebensberatung, Spiritualität. Sie kombiniert ganz viele Disziplinen und macht genau einen Mix daraus, dass genau das für dich bereitgestellt wird. Und diese Heilungsenergie, was du benötigst, egal ob es schulmedizinisch ist, egal ob es psychologisch ist, egal ob es systemisch ist, egal ob es nur ein Gespräch ist, ein offenes Ohr, Verständnis, Liebe, was auch immer. Und diese Energie fließt jetzt zu deinen Problemstellen, zu deinen Baustellen in deinem Körper, wo du das Gefühl hast, dass du Heilung benötigst. Du kannst das mit Körper teilen, machen oder halt auch wirklich mit Beschwerden, die du hast. Und lass da einfach mal jetzt diese Energie wirken, fließen. Und du kannst jetzt auch ein Geheimnis für deine Selbstheilungskräfte erhalten. Und dieses Geheimnis ist ein Warum. Warum? Was ist dein Grund, dein Ziel, um gesundheitlich diese Themen zu lösen? Was ist dein Ziel? Und schau einfach mal nach vorne. Was ist denn da dein Ziel? Vielleicht frei atmen zu können, dich leicht bewegen zu können, vielleicht mit deinen Lieben, mit deinen Kindern, deinen Enkeln spielen zu können, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner zusammen sein zu können, gewisse Aktivitäten zu machen, die du vielleicht jetzt nicht machen kannst. Was ist dein Ziel? Und spüre jetzt, wie diese Fokussierung auf ein Ziel deine Selbstheilungskräfte vervielfacht, verstärkt, verändert, intensiviert. Im Ziel, ein Fokus lässt die Selbstheilung noch mal effektiver in dein System fließen, in deinen Körper, in deine Problemzonen reinfließen, dort, wo du dich unwohl fühlst. Also ein Ziel. Das Ziel ist so die erste Verstärkung dieser Selbstheilungskräfte. Und jetzt kommen wir noch zur zweiten Verstärkung deiner Selbstheilungskräfte. Und das ist die Dankbarkeit und die Gnade. Ich bin dankbar, die Gnade der Heilung empfangen zu dürfen. Ich bin dankbar, die Gnade der Heilung empfangen zu dürfen. Ich bin dankbar, die Gnade der Heilung empfangen zu dürfen. Und nun bedanke dich einfach mal, wie für ein schönes Geschenk, in deinen eigenen Worten. Drücke deine Dankbarkeit aus. Und spüre jetzt den Fluss der Energie. Atme mal tief ein. Und wieder aus. Und lasse nun die Selbstheilungskräfte, die noch mal ihre Qualität verändert haben, weiterwirken. Sehr gut. Und du spürst jetzt, wie du die Heilung, die Selbstheilung wirklich vom Kopf bis zu deinen Füßen runter manifestieren kannst. Und schick sie ruhig nochmal so, vielleicht mal in deinem Bewegungsapparat noch, wenn du das Gefühl hast, du bist ein bisschen verspannter auch. Deine Gelenke, deine Hüften, die Schultern, die Wirbelsäule. Stell dir einfach mal vor, du bist wirklich bei einem energetischen Chiropraktiker, einer energetischen Masseurin, einem energetischen Masseur. Und spüre, wie du dich absolut entspannst. Und diese, deine Heilung, dein Heilsein ist eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit. Diese Heilung ist wichtig, damit dein Licht hier auf Erden leuchten kann. Und nun erlaubst du dir, dein innerstes Licht hier auf Erden zu entfalten. Genauso wie eine Lampe, die man gereinigt hat. Und du lässt es jetzt einfach sich entfalten. Und du spürst, dass du in deinem Inneren unendlich viel Licht, unendlich viel Potenzial hast. Und dass du frei bist, frei zu wählen und frei dich zu entfalten. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie diese Heilung, dieses Licht, in die Erde fließt. Und je mehr du abfließen lässt, je mehr kommt nach von diesem Licht. Das ist unerschöpflich. Und du lässt jetzt diese Heilungskräfte, diese Heilungsenergie, ganz bewusst in die Erde fließen. Und du spürst, sie fließt durch. Aber du hältst deinen Fokus, du hältst deine Vision. Du hältst deinen Kurs und deinen Weg. Und atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und schau mal, wie dieses Heilungslicht sich wirklich verteilt, wie es überall aufgenommen wird. Zu deinem Linken, zu deiner Rechten, oben, unten. Und spür, dass dein Licht einzigartig ist und dass es schön ist, dass du da bist. Und erlaube nochmal in dein Unterbewusstsein, dieses Licht strahlen zu lassen. Dieses unverletzte, wundervolle Licht. So dass auch dein Unterbewusstsein erkennt, ich bin dieses Licht. Ich habe es nur vergessen. Und in diesem Augenblick bist du eins und jegliche Anspannung, jegliche Enge. Alle deine geistigen Konzepte und Glaubenssätze fallen von dir ab. Und du kommst in deiner Kraft an. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann bedanke dich bei dir, bei deinem Licht, bei der geistigen Welt, für die Hilfe und Unterstützung. Und diese Selbstheilung läuft natürlich weiter, auch während du jetzt wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückkommst, dich durchstreckst. Deinen Körper bewegst, mal reinfühlst, wie es dir geht, was sich verändert hat. Und dann kommst du in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Öffnest deine Augen. Und du bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich während der Reise bei dir getan? Ich bin gespannt. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Abonnier meinen Kanal. Lass mir einen Daumen hoch da. Und ja, vielleicht bis bald mal bei einer Einzelsitzung oder bei einem Workshop aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Arrini. Tschüss, bis nächstes Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020